Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 28. Folge hier bei uns auf dem Craft Attack Staffel 6 Server. Wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, sind heute wieder die Hunde hinter mir und was das heißt, wissen sicherlich die meisten. In der vorletzten Folge hattet ihr die Möglichkeit Namensvorschläge für zwei der drei Hunde vorzuschlagen und genau diese Namensvorschläge möchte ich zu Beginn dieser Folge einmal nehmen und von diesen Namensvorschlägen zwei Stück auswählen und den Hunden geben. Insgesamt sind über 300 Namensvorschläge reingekommen mit den verschiedensten Namen, mit Anspielungen, mit lustigen Sachen und da es für mich persönlich super super schwer war, das irgendwie gerecht rauszusuchen, welchen Kommentar wir nehmen zu wollen, bin ich hingegangen, habe einfach mit dem Zufallsgenerator mir Kommentare anzeigen lassen, davon dann neun Namen ausgesucht und diese neun Namen findet ihr hier einmal in meinem Inventar und dazu natürlich auch diejenigen, die diese Vorschläge rausgesucht haben. Damit wir das jetzt hier im Video noch etwas zufälliger gestalten können, möchte ich einmal hingehen und mit Hilfe eines Droppers ganz zufällig auswählen, welchen Hund wir wie nennen. Aktuell sieht es so aus, dass einer der Hunde Kier heißt, der zweite Hund Ninus heißt und der dritte Hund Mia heißt, den werden wir nicht umbenennen, denn so heißt mein eigener Hund. Das heißt, wir gehen jetzt hin, tun einmal die neun zufällig ausgewählten Namensvorschläge in den Dropper rein, bringen hier einmal einen Schalter an und mit jedem Umlegen des Schalters sollte jetzt hier zufällig ein neuer Name ausgespuckt werden. Wir sehen gerade, dass jetzt die Hunde theoretisch Bella, Balu, Bello, Luna, Oskar, Edgar, Linus, Marshall und Wombel heißen können und ich würde sagen, wir suchen jetzt einfach mal zufällig einen Namen raus und schauen, wie der erste Hund heißt. Der erste Hund heißt Oskar und vorgeschlagen hat das Kian-ATO und der zweite Name für den zweiten Hund wird sein Wombel vom The Wombel und ich würde sagen, wir benennen die Hunde jetzt einmal um. Ihr seht schon, ich habe dazu einmal den Anvil mitgenommen und ein Name-Tag, beziehungsweise zwei Name-Tags, so dass wir jetzt den ersten Hund einmal in Oskar umbenennen können und den zweiten Hund in Wombel nach The Wombel. Okay, das machen wir jetzt einmal. Wombel soll der zweite Hund heißen und ihr seht, dass wir jetzt hier einmal die beiden Name-Tags vorbereitet haben. Das heißt, Kian wird jetzt umbenannt in Oskar, Sitz und Ninus wird umbenannt in Wombel und auch hier einmal Sitz. Die anderen Namensvorschläge, die jetzt hier nicht genommen wurden und auch die, die in den Kommentaren sind, würde ich erstmal euch bitten, dort zu lassen. Ich werde mir die zur Seite legen, beziehungsweise irgendwann mal wieder zufällig auswählen, wenn wir zum Beispiel ein Pferd oder einen irgendeinen anderen Mobs umbenennen müssen. Das heißt, die Hundenamen sind jetzt vergeben und damit soll es im Grunde genommen heute auch mit dem Thema dieser Namensvorschläge weitergehen. Und zwar konntet ihr neben den Namensvorschlägen noch Vorschläge machen, wie wir hier das Haus gestalten sollen und wie das zukünftige Angebot bei uns unten hier im Shop auf der Red Island alles aussehen soll. Genau diese beiden Sachen möchte ich heute machen. Wir gestalten einmal das Haus neu und gehen dann einmal in den Shop und schauen, welche Items wir anbieten. Bevor wir jedoch damit beginnen, möchte ich zuallererst einmal noch auf eine kleine Sache eingehen, die sicherlich dem einen oder anderen von euch aufgefallen ist. Und zwar gab es diese Woche nur drei Videos und nicht wie versprochen mehr Videos. Der Grund dafür lag einfach darin, dass ich diese Masterbewerbung, die ich jetzt noch machen muss bis Ende Februar, deutlich, deutlich unterschätzt habe. Und das Ergebnis war, dass ich für jede Bewerbung, und ich schreibe echt einige Bewerbungen für den Master, super, super viel Zeit draufgegangen ist. Und ich bin damit leider immer noch nicht durch. Das heißt für euch, dass ich keine Zeit habe, hier in die Minecraft-Videos zu investieren. Ich hätte sehr, sehr gerne mal wieder Tutorials gebracht an der Redstone-Farm, weitergearbeitet mit Josef. Das geht aktuell aber noch nicht. Und da ich, wie gesagt, am 16. noch eine Schlüsselqualifikation als letzte Prüfung des Studiums und auch noch einen Urlaub anstehen habe, wird es im Februar aller Voraussicht nach auch nicht wirklich viele Videos in den Wochen geben. Danach hoffe ich aber mal, ich verspreche es jetzt in diesem Fall nicht, wird es aber so sein, dass es dann wieder vermehrt Videos geben wird. Natürlich auch Tutorials und Redstone-Farm-Videos und eventuell auch einige neue Projekte. Ansonsten gibt es, bevor wir jetzt gleich hier mit diesen angesprochenen Sachen loslegen, auch noch ein, zwei Kleinigkeiten, die sich zwischen den Folgen getan haben. Und zwar seht ihr hier einmal, dass ich die Karte geupdated habe. Ich bin einmal über die ganze Insel, beziehungsweise über den Kartenbereich hier, um die Hauptinsel herum geflogen, habe die Karte geupdatet. Das geht mit der Elytra und den Raketen wirklich super gut. Super schnell im Vergleich zu vorher. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt hier einmal das Video pausieren und euch angucken, was sich hier auf der Karte so getan hat. Ansonsten sieht man aber an den gröbsten Veränderungen, dass sich hier vor allem in der Tech-Town einiges getan hat. Bei Zinus in der Base hier den umbearbeiteten Swarm-Bereich von Kevin, dann hier bei der Stadt, dem Eisernen Pakt. Und ansonsten hat sich hier auf dieser Seite, auf der rechten Seite zumindest, nicht viel getan. Ansonsten war ich in der Welt unterwegs, habe ein wenig die Welt erkundet, einige Treasure-Maps aufgelegt, Schätze gesucht und dabei bin ich auch auf einen der neuen Unterwasser-Zombies gestoßen. Der hat zufällig einen Trident getroppt und somit haben Josef und ich jetzt zwei perfekte Tridents. Einmal einen mit Riptide und einen zweiten mit Loyalty und Channeling. Das heißt, wir haben jetzt beide Arten von Tridents, die wir gegenseitig austauschen können, wenn wir zum Beispiel Charge-Creeper machen sollen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch einmal kurz in die Kommentare und dann sehen wir uns gleich zuallererst einmal oben im Haus wieder und dann würde ich sagen, gestalten wir das Haus um beziehungsweise besprechen zuallererst dort einmal die Pläne. Ich bin jetzt gerade noch mal die Kommentare unter der Hausbau-Folge durchgegangen und da waren, wie gesagt, ziemlich gute Vorschläge dabei und davon möchte ich jetzt nun wiederum einige umsetzen. Das Haus besteht aus zwei großen vollen Etagen, dann einmal hier der Keller-Etage, der ersten Dachgeschotze-Etage und dem kleinen Raum, der da ganz oben drauf ist und genau diese Räume wollen wir neu gestalten. Für den Keller habe ich mir einen ziemlich, ziemlich coolen Vorschlag rausgesucht, der mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat und auch meine eigene Idee gepasst hat und zwar wurde gesagt, dass wir hier die Rückwand im Kellergeschoss entfernen sollen und ein Aquarium platzieren wollen und ich denke, das ist eine ziemlich coole Sache, da ich selber noch gar nicht so in den neuen Biomen war, keine Fische gefangen habe und ich denke, so können wir mal einige neue Sachen erkunden, gleichzeitig aber auch etwas Cooles einbauen. Die erste Untergeschotze-Etage, die hier ist, die werden wir umgestalten, dass wir die ein wenig räumlich einrichten. Dazu werden wir später kommen und die erste richtige Etage, also die Erdgeschoss-Etage, wo auch der Ausgang nach hier oben ist, die persönlich von uns wahrscheinlich nicht so viel als Durchlauf-Etage genutzt wird, möchte ich auch auf dem Vorschlag basierend von euch so umgestalten, dass wir hier einen großen Sitzungsraum mit einem großen Tisch haben und auf diesem Tisch möchte ich Karten flach platzieren, sodass man hier einmal den Craft-Attack-Server von oben sieht. Die obere Etage, die hier ist, werden wir ein wenig als Ausrüstung und Kistenraum umsortieren, sodass wir hier nachher Items reintun können, wie zum Beispiel Rüstungsteile, Verzauberungssachen, die nicht so gut bei uns in den Keller passen und hier oben werde ich die Etage so, wie sie ist, erstmal lassen, eventuell darauf warten, dass die 1.14 rauskommt, um hier eine Glocke anzubringen. Auch das war ein Vorschlag. Ansonsten würde ich jetzt erstmal hingehen, auch dann in dieser Ausrüstungsraum, also wo man direkt mit dem Fahrstuhl von unten rauskommt, dort würde ich zusätzlich noch einmal einen Schlafplatz anbringen, denn das war ja eigentlich die grundsätzliche Idee vom Gebäude. Zuallererst würde ich sagen, beginnen wir aber einmal mit dem Aquarium. Ich habe mir rausgesucht, wo hier auf dem Server das Korallenbiom sein soll und ich würde sagen, wir fliegen da einmal zusammen hin, denn der Weg ist gar nicht so weit und sollte ungefähr so 1000, 2000 Blöcke von hier gerade in diese Richtung legen und sobald wir da sind, würde ich sagen, gehen wir zusammen einmal auf die Jagd nach ein paar Fischen, die wir ins Aquarium tun sollten und so wie ich es bisher gehört habe, ist es wohl so, dass es fast unendlich viele Fischarten gibt oder zumindest so Kombinationen von Fischarten und Looks gibt und davon wollen wir natürlich ein paar sammeln und wenn ihr euch auskennt, welche Fische besonders cool sind, welche wir unbedingt brauchen, dann lasst mich das mal in den Kommentaren wissen, denn so könnte ich dann in der nächsten oder übernächsten Folge eventuell den ein oder anderen zusätzlichen Fisch hier holen, der ins Aquarium passt. Wie ihr seht, sind wir jetzt hier im Korallenriff-Biom angekommen, der ein oder andere Spieler hat hier auch schon Sachen abgebaut, das ist aber nicht schlimm und wir werden jetzt auch hier auf Fischjagd gehen, wenn wir hier den ein oder anderen Fisch sehen, ich weiß nicht, hier vorne, ja, das sieht noch nicht so aus, das sind Delfine, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die nochmal spawnen können, aber das sieht hier schon mal gut aus, ich sehe, hier sind also Fische und ich würde sagen, wir gehen jetzt zusammen mal hin, fangen hier, ach, das hat jetzt noch nicht so geklappt, wie es klappen sollte, fangen jetzt mal hier diesen Fisch ein oder muss man den im Wassereimer aufnehmen. Ah, okay, das wusste ich nicht, okay, das macht Sinn, aber ist ja nicht schlimm, wir haben ja hier trotz allem einmal mit und wir gehen jetzt mal hin, fangen hier die verschiedensten Fische ein, zack, zack, zack und hier nehme ich mir nochmal ein paar Eimer, fülle die mal kurz mit Wasser auf, dass es passt, so sollte es gehen und jetzt nehmen wir nicht am besten die gleichen Fische, sondern immer verschiedene Fische, damit unser Aquarium nachher möglichst bunt und vielfältig aussieht und dann werde ich zusätzlich zu diesen Fischen, die wir jetzt hier einfangen, auch nochmal hingehen, einige dieser Korallenblöcke und der Dekorationsblöcke nehmen und abbauen, sodass wir die dann dementsprechend im Aquarium hinsetzen können, dass es optisch passt. Oh, der Fisch sieht süß aus und ist klein, ein Pufferfisch und ich würde sagen, ich mache jetzt mal die Arbeit, hole mal so grob 20 Fische, ich denke mal, das sollte ins Aquarium passen und dann hole ich mir Korallblöcke und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das Aquarium im Gebäude bauen. Ich habe jetzt alle Materialien aus dem Korallenbiom geholt, die wir dazu auch benötigen. Ihr seht, wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene Fische, dann die verschiedenen Korallenarten, verschiedene Blöcke und auch hier nochmal ein paar Fische und Sea Pickles für die Beleuchtung und ich denke mal, dass wir daraus jetzt ein ziemlich, ziemlich cooles Aquarium bauen können. Ich habe mir zusätzlich dazu auch nochmal eine Silk Touch Pickaxe gerade gemacht, die habe ich nämlich gebraucht, um diese Korallenblöcke abzubauen, ohne dass die absterben. Das war mir vorher so nicht bewusst, dass man das auch nicht mit einem anderen Silk Touch Tool machen kann. Jetzt ist aber alles dafür bereit. Ich würde sagen, wir setzen mal den Kamera Account auf für eine, ja, kleine testweise Indoor-Zeitrafferaufnahme. Normalerweise mache ich das nicht ganz so gerne. Hier beim Aquarium probiere ich das mal aus und ihr könnt jetzt mal sehen, wie dieses Aquarium entsteht. Das Aquarium ist jetzt fertig und sieht auf den ersten Blick meiner Meinung nach ziemlich gut aus. Ich habe versucht, möglichst alle Materialien, ja, die man so in den Korallenriffen finden kann, hier einzubauen. Ich denke mal, dass es jetzt nicht zu überladen ist. Wir müssen gleich nochmal schauen, wenn die ganzen Fische hier drin sind. Ihr seht, wir haben jetzt hier einiges an Fischen. Das sind die, die hier rein sollen und wir gehen jetzt mal hier eine Etage nach oben, hüpfen hier in das Aquarium rein. Von innen sieht es natürlich auch nochmal super, super gut aus, wenn man jetzt hier nicht durch die Scheibe sehen muss, sondern auch unter Wasser hier die ganzen Farben sieht und dadurch, dass wir hier das Texture Pack von mir benutzen, bewegt sich auch alles und so, denke ich mal, passt das ganz gut von der Optik. Jetzt müssen wir natürlich hier nochmal die Fische rauslassen. Ich hoffe, dass das einfach geht. Ja, das sieht doch gut aus und dann gucken wir gleich mal, wie das Leben sich hier drin so entwickelt und ob es nicht zu viele Fische sind. Okay, viele sind gleich aus, aber es sind auch unterschiedliche. Okay, die haben das gleiche Muster, die sind aber unterschiedlich. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt hier die anderen Fische reinlassen. Ja, das ist ein anderer, den ist auch nochmal ein anderer Fisch. Ne, davon haben wir auch nochmal einen zweiten. Den Pufferfisch haben wir natürlich nicht, da hätte ich mir eventuell überlegen sollen, die ganz zum Schluss hier rein zu tun, wenn die hier Schaden anrichten. Die Farben hatten wir auch noch nicht, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier haben. Grün hatten wir nicht, ich glaube, den hatten wir so in der Form auch noch nicht. Den hatten wir auch noch nicht und ich sage mal, ich tue jetzt nochmal drei Stück rein, auch wenn das noch andere Fische sind, weil ich habe ein wenig die Befürchtung, dass es sonst zu voll wird hier mit den Fischen. Das ist der zweite Kugelfisch, das ist dieser Fisch und jetzt, ach komm, wir tun mal alle rein, notfalls können wir die immer noch auch noch killen. Damit kriegen wir natürlich ein bisschen jetzt hier durch die fehlende Luft hier im Wasser und jetzt gucken wir mal, zack, davon könnten wir eventuell noch einen rausnehmen, schließen das hier einmal kurz von oben ab, dass das auch alles wieder zu ist und wenn wir jetzt hier einmal die eine Etage nach unten gehen, dann sieht es vom Aquarium erstmal ganz gut aus, würde ich sagen. Es sind nicht, ich weiß noch nicht ganz, als ob es nicht eventuell zu viele Fische sind. Optisch aber geht das mal, denke ich, erstmal so in Ordnung. Wenn man dann hier reinkommt, mal in den Keller geht, hat man hier, wie gesagt, ein cooles Aquarium und ihr könnt mir ja mal vielleicht in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu sagt, ob das euch zu viele Fische sind oder ob ihr sagt, hm, das geht noch in Ordnung oder ob wir ein paar töten sollen. Da bin ich mal gespannt. Für meiner Meinung nach sind es eventuell ein paar zu viele. Ich würde nochmal, ja, die doppelt, wenn das mit eins verdoppelt gewesen, so drei, vier, fünf Stück eventuell rausnehmen und dann gucken, wie das aussieht. Die Spawn tut die, denke ich mal, nicht. Das sollte, wenn man die einmal in einmal hatte, nicht die Problematik sein. Ansonsten werden wir damit nochmal Spaß haben. Weitergehen soll es jetzt mit der nächsten Etage, die Etage wie gesagt nicht. Hier möchte ich möglichst wenig in diesen Weg zwischen den Gängen hier runter und dem Netterportal machen oder dem Netterportal machen, denn dieser Weg wird oft genutzt. Ich würde jetzt am liebsten hier mit dieser Hauptetage hier oben weitermachen, denn hier können wir einen coolen Konferenzraum reinbauen und das werde ich jetzt machen und den werdet ihr dann gleich sehen. Das Erdgeschoss ist jetzt erstmal soweit fertiggestellt. Die Idee war es, eine große Tafel hier anzurichten, in der man nachher als Spieler sitzen kann und genau das habe ich hier gemacht. Ich habe mich jetzt hier an den Spruce Oak Planks, glaube ich, orientiert und diese hier für den Bau benutzt, davon die neuen Spruce Trapdoors genutzt und so einen neuen Tisch entstehen lassen, der hier etwas über dem Boden schwebt beziehungsweise echt wie so ein Tisch aufgesetzt ist und ich denke, wenn man die Klappen jetzt hier nicht öffnet und schließt, sieht der soweit ganz gut aus. Rings um den Tisch herum haben wir dann insgesamt sechs Plätze, wo die Spieler sitzen können. Zwei große Sitzplätze für Josef und mich und zwei andere für die anderen Spieler. Die Sitzplätze bestehen hier aus ganz normalen Baublöcken, die ein bisschen dunkler sind, damit hier ein bisschen Kontrast zum sonstigen Holz in der Gegend ist, dann mit Signs an den Seiten begrenzt sind. Hinten werden sie von einer Tür gestützt und damit die Sitze nicht zu langweilig aussehen, habe ich denen nochmal ein paar Banner verpasst, damit das farblich auch hier und da ein paar Akzente gibt und die spiegeln sich halt von der Wand hier auf den Sitzen wieder. Wenn ihr die Banner hier seht, habe ich mal eine kleine Bitte beziehungsweise eine Frage für euch. Und zwar gibt es sicherlich einige bei euch oder in der Community, die sich mit Banner-Designs auskennen. Es wäre sehr, sehr cool, wenn jemand ein Banner designen würde, was zu Josefs und meiner Base passt. Vielleicht habt ihr da irgendeine coole, verrückte Idee und wenn ihr diese Idee habt, könnt ihr die auf meinem Discord posten. Viele wissen das nicht oder viele schauen auch nicht in die Videobeschreibung. Das weiß ich. Es gibt einen Discord von mir, der ist unten in der Videobeschreibung, irgendwo bei den ganzen Links verlinkt. Mein Discord oder so steht da und wenn ihr auf diesen draufgeht, euch anmeldet, dann kommt ihr erst auf meinen Discord. Dort habt ihr die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, Diskussionen zu starten, alles Mögliche. Und dort gibt es einen Channel, der heißt Bauideen. Und wenn ihr Lust habt, ein cooles Design für Banner entworfen habt, dann schreibt das mal da rein, postet ein Foto in diesen Chat rein und sagt, wie ihr das gecraftet beziehungsweise das Banner gebaut habt. Ansonsten ist der Raum hier von den Decken noch mal ein wenig abgestützt worden. Hier vorne am Eingang haben wir ja Bookshelves, damit auch hier und da das mit den Ecken hier nicht so ganz komisch aussieht. Und wenn man jetzt hier an den Seiten einmal entlang geht, haben wir hinten in die Ecken, dass sich hier leider die Bookshelves mit dem Glas verbinden würden, wie ihr Armaustenz hingesetzt, mit irgendwelcher Rüstung, die noch so übrig war. Ansonsten ist der Raum ziemlich so geblieben, wie er ist. Ich habe noch mal an den vier Seiten des Tisches ein paar Stützen eingefügt, damit der Raum etwas mehr Struktur bekommt. Und ich denke mal, für meinen ersten Interieurversuch in dieser Staffel sieht es halbwegs in Ordnung aus. Wenn ihr hier Verbesserungsvorschläge habt, sagt es, wie gesagt, könnt ihr dann auch hier sehr gerne unterm Video posten oder dann einfach Verbesserungsvorschläge, wenn ihr coole habt, die gerne auch in den Bauideen-Chat auf meinem Discord-Server posten. Ansonsten sind die anderen Etagen noch unberührt. Das werden wir leider in dieser Episode auch nicht schaffen, da die Episode schon ja einigermaßen lang ist, habe ich gesehen. Und ansonsten ist in der nächsten Episode also dann die obere Etage dran und die erste Untergeschossetage dran, die dann auch hier dementsprechend unten umgestaltet werden muss. Und wenn ihr auch dafür Ideen habt, schreibt das auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten möchte ich jetzt zum Ende der Folge noch einmal rüber zum Shop gehen, denn dort hat sich auch etwas getan. Und zwar hatte Josef die Trading-Maschine, die wir gebaut haben, ein wenig umgeleitet, dass die Trades nicht unten rauskommen, sondern oben rauskommen in der Kiste. Und das ist eine ziemlich coole Sache, denn so ist das für den Nutzer nicht wirklich kompliziert. Er kann das Ganze wesentlich einfacher verstehen und so sollte das mit dem Traden, wenn dann irgendwann mal hier mal Kunden reinkommen, auf jeden Fall alles einfacher und besser laufen und ich denke, keine Fragen sollten entstehen. Das heißt, man kommt jetzt als Kunde hier rein, wir müssen noch mal schauen, dass wir das mit dem Licht hier automatisch verbinden und ihr seht, die Dropper am Boot sind verschwunden und sind jetzt hier vorne hin gelandet. Die können wir auch theoretisch noch mal irgendwann umbenennen und wenn man jetzt einen Slime-Log kaufen möchte, sagen wir mal, ich möchte jetzt acht Stück kaufen, tue ich hier acht Eisen rein, und ihr seht direkt, dass wir jetzt auch hier acht Slime-Blöcke bekommen, was sehr, sehr cool ist. Das heißt, die Trading-Maschine funktioniert, ist einfacher zu benutzen. Dankeschön dafür hier einmal an dieser Stelle an Josef. Ansonsten hatten sich auch einige gewünscht, damit ich noch mal zeige, wie diese Türmechanik hier funktioniert. Ich hatte nämlich letztes Mal nur gezeigt, dass wenn man diese berührt, dass die sich öffnet. Wenn man die wieder schließen will, geht man hier einfach wieder in die Ausgangsposition und dann schließt sich die Tür wieder. Einige von euch hatten auch nette Kommentare zu den Trades geschrieben und eigentlich fast alle waren der Meinung, dass ein Eisenbarren für einen Slime-Block zu wenig ist. Wir eher in die Richtung gehen sollten, vier, drei Eisenbarren pro Slime-Block oder ein Eisenbarren für einen normalen Slime. Ich würde sagen, ich hatte mir auch Gedanken dazu gemacht, wir haben halt Slime-Blöcke wirklich ohne Ende. Das ist jetzt kein Item, was uns viel Arbeit kostet. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so. Das ist ein kleiner Kompromiss und ich schaue dann erst einmal, wie das ganze Verhältnis aussieht. Das heißt, wie viele Leute wirklich was gekauft haben, wie viel Eisen wir hier mit eingenommen haben und wenn das alles ja so klar ist, dann würde ich sagen, machen wir das so, dass wir die Preise langsam erhöhen oder senken. Je nachdem, wie viel gekauft wird. Wenn besonders viel gekauft wird, machen wir es teurer und wenn nicht, dann nicht. Der zweite Trade, der hier vorne reinkommen soll, den werde ich auch zu schnellen Folgen einrichten und zwar hatten sich viele gewünscht, dass wir unsere Kelp-Blöcke verkaufen. Auch da werden wir dann Traden machen, irgendwie ein Eisen für einen Kelp-Block. Ich denke mal, das sollte in Ordnung gehen. So kriegt man dann ziemlich guten Brennstoff, der eine gute Brennpower hat. Viele andere kleine Trades wurden auch genannt. Die werde ich hier Stück für Stück zwischen den Folgen in die nächsten Kisten reintun und ich denke mal, dann können wir den Shop eröffnen. Eventuell habt ihr eine Idee, wie wir den Shop promoten können. Ansonsten seht ihr, dass sich hier unten was getan hat. Hier entsteht ein großes Labor, was Josef gerade am Bauen ist und hier werden wir auch die Trading-Maschinen anbauen, die ich in der vorletzten Folge angesprochen habe, denn die werden dann verschiedene Verhältnisse fürs Tauschen beinhalten und ich denke mal, dass so der Shop nochmal dann ein bisschen interessanter ist und wir auch variablere Preise setzen können. Ansonsten soll es das heute für die Folge gewesen sein. Ich bin gespannt auf eure Ideen auf dem Discord. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Ansonsten lasst die Kommentare da. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder zur nächsten Craft-Attack-Folge. Ciao Leute!